Roland Kaiser beichtet Erstaunliches, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Roland Kaiser hat noch immer den Charme von früher. Der Blick ist der gleiche, das Lächeln ist das gleiche, Roland Kaiser, 71, hat noch immer den Charme von früher. Aber natürlich, es sind einige Falten dazugekommen, die Haare sind ergraut. Doch all das stört den Sänger gar nicht. Im Gegenteil, er sagt, ich will nicht noch mal jung sein. Viel lieber sei er 71 als 17. Roland Kaiser, das Alter hat so viele Vorteile. Rückblickend erklärt er, es war natürlich eine Zeit der Erfolge, der sogenannten Schallplattenerfolge. Dennoch war es eine Zeit des Suchens und des Sichfindens erstmal. Aber ich lebe jetzt lieber, offengesagt, entspannter, ruhiger, gelassener. Und was denkt der Schlagerstar, Johanna, wenn er morgens in den Spiegel schaut? Stört es ihn, dass nicht mehr der junge Bursche von einst zurückspiegelt? Nein, auch das nicht. Ich finde es gut, ein Gesicht zu haben, das nicht glatt gebügelt ist. Mir gefallen Gesichter, die mir was erzählen besser als umgekehrt.